Mein Name ist Matthias Schöttle. Ich bin in der Entwicklung der Baureihenchef für den Sprinter. Die größte Herausforderung in Sachen Qualität ist es immer, dass wir das Auto, das neu kommt mit all seinen neuen Features, in einem gleichen Qualitätsstand laufen lassen wie das bisherige Fahrzeug. In der Produktion selber starten wir schon mit zahlreichen Qualitätspunkten an unserem Band. Das sind insgesamt 17.000 Punkte, in denen wir kontinuierlich den Sprinter in seiner Produktion prüfen. Aber da nicht nur die Produktion wichtig für uns ist, sondern auch die Langlebigkeit des Produktes, haben wir das Fahrzeug über 8 Millionen Dauerlaufkilometer getestet. Nicht nur in normalen Straßenanwendungen, sondern auch im Eis, in der Hitze und in der Höhe. Und dieser Sprinter hat alles bestanden. Der Sprinter war der Erste in seinem Segment, deswegen ist er da der Pionier. Deswegen geben wir sehr viel Energie mit dem ganzen Team da rein, dass wir zukünftig immer noch der Erste sind und bleiben. Und mit dem neuen Sprinter ist uns das gut gelungen. Es ist der beste Sprinter aller Zeit.